Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ripple hat die Klage gewonnen, jeder hat es gehört. Später kommt noch ein extra Video dazu, auch nochmal wie es da preistechnisch eventuell weitergeht. Will ich mich jetzt nicht damit aufhalten, es geht jetzt heute oder jetzt in dem Video auf jeden Fall erstmal nur um Bitcoin und Ethereum. Wir haben auch hier gestern ein schönes Breakout gesehen, vor allem auch auf Daily-Basis, auf 4-Stunden-Basis sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Was das jetzt bedeuten könnte, schauen wir uns an, auch um einen möglichen neuen Long-Entry noch zusätzlich zu bekommen. Auch das werden wir uns anschauen und ob wir möglicherweise sogar nochmal einen Short-Trade eingehen sollten. All das jetzt im Video. Bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne wie immer in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Guckt rein, wenn ihr Fragen habt etc. schaut dazu und natürlich wie gesagt gerne in auch die Signalgruppe reinkommen. Dort kriegt ihr immer die meisten Updates. Kann es gerade leider nicht öffnen, weil Telegram-Web hier ein bisschen gerade spinnt. Deswegen hoffentlich dann später zum XRP-Update-Video wieder. Gut, auf jeden Fall, ja Bitcoin bei 31.350 US-Dollar. Wir sind gestern in der Spitze bis auf 31.800 US-Dollar hochgekommen. Das ist so die magische Zone eigentlich, über die wir jetzt schon seit Wochen reden. 31.8, 32.4, da müssen wir nachhaltig drüber, um auch wirklich zu sagen, okay, wir haben hier möglicherweise einen Start für einen Bullrun. Momentan ist es noch ein bisschen zu früh. Wir schauen uns mal den Daily Close an. Natürlich die ganze XRP-Geschichte hat Altcoins und natürlich auch Bitcoin deutlich beflügelt, erst einmal nochmal. Und ja, wir hatten einen geilen Daily Close. Ihr seht hier, Daily Close über zumindest dieser Zone hier, über unsere Range von 31.300 US-Dollar. Aber wir haben nicht über 31.500 US-Dollar geschlossen. Und das ist gerade so ein bisschen so mein kleines Minuspünktchen, was ich hier noch zu sagen habe, weil wir kein höheres hochgebildet haben. Also klar, auf Schlussbasis ja, aber mit dem Wix und so gefällt mir das derzeit noch nicht so wirklich. Deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir heute im Laufe des Tages noch einmal so einen leichten Abverkauf bis 30.600 circa kriegen auf Daily-Sicht, um, sage ich mal, die Liquidität hier nochmal abzugrasen, die Daily-Demand-Zone zu holen und dann nochmal einen neuen Anlauf starten. Wir gehen mal in die kleineren Timeframes rein. Wie sieht es dort derzeit aus? Wir haben natürlich gestern einen schönen impulsiven Anstieg bekommen. Und ihr seht hier die Zone von 30.700, da hat das richtige Volumen begonnen auf 4-Stunden-Basis und bis runter auf 30.400. Und das ist genau unsere Daily-Demand-Zone, weshalb ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass wir eben heute im Laufe des Tages nochmal hier runtergehen. Wir haben auch hier noch einen langen Wig bis ungefähr 31k. Also so, es passt mir alles noch nicht so wirklich. Ich will jetzt nicht alles hier so überdramatisieren, dass es jetzt absolut bearish ist, aber ein Rücksetzer im Laufe des Tages ist auf jeden Fall noch drin. Gehen wir mal in den 1-Stunden-Timeframe. Wie sieht es dort aus? Auch nicht so mega bullish. Wir ziehen mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Top bis zu unserer kleinen Korrektur, die wir gestern eben hatten. Sehen wir auch, okay, wir sind schon wieder im Golden Pocket rejected worden. Erster kleiner Negativpunkt meiner Meinung nach, dass wir es nicht hier wieder drüber geschafft haben und auch kein höheres Hoch, wie gesagt, auf Daily-Basis. Spricht eher dafür, wir gehen nochmal eine Etappe tiefer und versuchen zumindest unten nochmal die Liquidität abzugreifen. Erste größere Liquiditätszone haben wir in dem Bereich hier. Wie gesagt, bei den 30.900 US-Dollar haben wir den ersten kleinen Order-Block und der größere Daily, wie gerade eben beschrieben, liegt bei 30.600 bis 30.360. Das sind die Zonen, auf die es meiner Meinung nach heute ankommt. Und damit es noch nicht genug ist, ziehen wir hier auch mal das FIP vom Korrektur-Level, also von unserer Range bei 30.200 US-Dollar bis hoch zu unserem Top von 31.800 US-Dollar. Spricht auch eher was dafür, dass wir Richtung 30.800 bis ungefähr 30.500 US-Dollar gehen. Also das sind die Zonen, die muss Bitcoin heute unbedingt verteidigen. Und ihr seht diese blaue Linie hier, die bei 31.000 US-Dollar, das ist für mich nochmal ein positiver Abschluss. Das heißt, sollten wir heute im Laufe des Tages runtergehen, die Liquidität einsammeln und dann nochmal einen Daily-Close versuchen, zumindest in die 31.000 US-Dollar oder einfach nochmal ein höheres Hoch kriegen, ist es absolut bullish und wir können Richtung 32.000 US-Dollar oder 34.000 US-Dollar gehen. Nur, der Daily-Close war eben nicht so berauschend. Wir haben die Range verlassen, positiv. Wir haben ein schönes Breakout bekommen mit Volumen, natürlich auch durch die ganzen News getrieben. Wir haben alles nicht verkehrt. Und leider kann ich es euch jetzt nicht zeigen, aber ich habe ja gestern dann noch in der Telegram-Gruppe, wir machen das FIP mal ganz kurz weg, ein bisschen auf die Bitcoin-Dominance eingegangen. Und die könnte jetzt erst einmal noch ein bisschen korrigieren. Ich habe gestern einen Post drin gelassen, dass wir hier oben schon mal korrigiert sind. Das heißt, von unserem Top in der Bitcoin-Dominance sind wir hier mehrmals ins Golden Pocket gekommen. Also Korrektur-Level hier oben, Korrektur nach oben. Und jetzt ging Abfahrt durch natürlich diese Ripple XRP-News. Und dadurch sind natürlich Altcoins gestern teilweise echt explodiert. Wir hatten Ripple zeitweise bei 92 US-Dollar Cent. Wie gesagt, später gibt es dazu mehr zu einem Extra-Video. Und das hat natürlich die Bitcoin-Dominance erstmal deutlich nach unten gezogen. Oder zieht sie gerade nach unten. Und wir haben hier auch natürlich noch deutlich mehr Korrektur-Potenzial. Nicht unbedingt bearish. Das darf man jetzt natürlich auch nicht verwechseln. Schauen wir uns die ganze Sache auf Daily-Chart an. Wie sieht es dort aus? Schöne Korrektur der Bitcoin-Dominance. Ziel-Level sind die 49%. Warum die 49%? Wir hatten eine jahrelange Range. Und man kann hier von jahrelang sprechen, weil es von 2021 ist. Das heißt, zwei Jahre Range, die hier mit diesem Breakout oder jetzt eben diesen Breakdown nochmal getestet werden könnte. Perfekt ins Golden Pocket getestet werden könnte. Würde bedeuten, Altcoins könnten in den nächsten, ich sage jetzt mal übers Wochenende noch ein bisschen zulegen. Bitcoin seitwärts oder ein bisschen korrigieren. Und dann wird es darauf ankommen. Entweder wir kriegen einen enormen Pump bei Bitcoin mit einem sehr, sehr positiven Wochenende, einem Weekly Close. Oder wir kriegen endlich die Korrektur, über die wir schon die ganze Zeit immer so ein bisschen im Hinterkopf noch haben. Richtung 27, 25k. Würde für die Altcoins ein Blutbad bedeuten. Vor allem dann auch für XRP meiner Meinung nach. Und ja, die Dominanz würde dadurch wieder steigen. Und dann könnten wir vielleicht einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Und das würde dann bei dieser Korrektur mit anschließendem Retest auch in die Zonen, die wir jetzt seit Wochen immer wieder besprechen, für einen möglichen Bullrun dann sprechen. Aber das ist noch hin. Ist nur ganz wichtig, auch diesen Chart jetzt vor allem mal ein bisschen im Blick zu behalten. Wie lange könnte die Altcoin-Season gehen? Wie könnte es mit Bitcoin weitergehen? Deswegen war mir jetzt ganz wichtig, euch diesen Chart jetzt auch mal zu zeigen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage, Wochen immer mal wieder im Blick behalten. Gehen wir rüber zu Ethereum. Gestern mal einen ganz kurzen Gamble Short gemacht. Stop-Loss ausgelöst auf Entry wieder. Aber auch hier bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Klar, wir haben zumindest die Hoch sie rausgenommen. Etwas positiver als bei Bitcoin, dass wir die Range hier auch mit einem höheren Hoch rausgenommen haben. Das Hoch hier drüben haben wir aber auch nicht nachhaltig rausgenommen. Wir haben die Liquidität darüber gezogen. Wir haben noch eine Ineffizienz. Also richtiger Short Entry für mich persönlich. Folgt dann hier oben bei dieser Ineffizienz bei ungefähr 2050 Dollar. Ja, aber Manu, du hast doch gerade eben gesagt, Bitcoin könnte korrigieren. Ja, aber Ethereum ist auch immer noch ein Altcoin. Das muss auch allen noch bewusst sein. Und das könnte bedeuten, dass Ethereum, nachdem er immer noch eine Menge aufzuholen hat, ihr erinnert euch an diesen Trendkanal, der bei Bitcoin schon das Top erreicht hat oder übergeschossen ist, während wir bei Ethereum noch deutlich Luft haben. Und ich warte hier ehrlich gesagt Richtung Ineffizienz 2054 bis hier oben Daily Supply Zone 2115. Das ist eine sehr, sehr große Box. Deswegen müssen wir ganz genau aufpassen, wie wir hier gegebenenfalls einen Short reinmachen. Aber das sind jetzt meine Ziele. Die Ineffizienz, denke ich, wird sich Ethereum hier noch holen bei 2053 Dollar. Wir haben noch keinerlei Divergenz, natürlich von dem Top bis dem Top. Leichte Divergenz würde ich jetzt einfach mal behaupten auf einem 4-Stunden-Timeframe, aber ist mir noch ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Könnte jetzt übers Wochenende noch interessant werden. Auch hier erwarte ich, dass wir nochmal vielleicht einen Rücksetzer kriegen. Sollte Bitcoin Richtung, ich sage jetzt mal, zwischen 31 und 306 runtergehen, erwarte ich auch bei Ethereum nochmal einen Rücksetzer. Würde uns auf ungefähr 1925 US-Dollar runterkriegen. Wäre auch nochmal so ein möglicher Retest hier dieser Zone. Auch dieser Range, um dann versuchen, nochmal eine Art Doppeltop zu bilden. Richtung 2054 bis ungefähr 2100 US-Dollar. Das sind die Zonen, auf die wir uns heute ankommen. Das heißt, ich gehe heute erstmal von einer kleinen Korrektur aus. Nichts Schlimmes. Einfach einen Rücksetzer nach den Profiten von gestern, beziehungsweise nach dem Pump von gestern, um dann entweder einen Doppeltop zu starten oder wirklich ein wirklich nachhaltiges Breakout, das uns in einem möglichen Bullrun dann auch befördern könnte. Ja, schauen wir einfach mal, was den Tag heute zu bringen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Tag. Wie gesagt, später kommt dann noch das XRP-Update-Video. Könnt ihr euch darauf freuen. Auch nochmal ein paar Details von meiner Seite zu gestern, was so ein bisschen passiert ist. Und ja, das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und später, wie gesagt, kommt dann noch das zweite Video online. Bis dahin, ja, harren wir da Dinge, wie man so schön sagt. Und ja, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.